Hallo, schön. Ich komme wegen der Tenerbi. Ich habe Ihnen zu Ostern was mitgebracht. Das ist ja nett. Sollen wir wieder da? Ja, gehen Sie durch. Hier rechts war das. Ist das Bild von Ihnen? Nein, es hat Patient gemeint. Aber da sind mich etwa wieder die... Oh, schrecklich. Ach, so. Ist das okay? Darf ich mich setzen? Ja, setzen Sie. War es schwer durchzukommen. Ich habe keinen Parkplatz gefunden. Das Auto unter den Hasen geparkt. Aha. Ja, das war ja sehr gut. Vielleicht können Sie das... Ich sage mal gar nichts. Ich will mich nicht immer einmischen. Besser geht es nicht. Mir geht nicht. Nein? Nein. Wissen Sie, dass Sie jetzt schon 40 Jahre hier kommen? 40 Jahre? Ja, 40 Jahre. Und deshalb habe ich Ihnen einen kleinen Umtrunk auf der Terrasse vorbereitet. Och, ja. Wollen wir da mal eben hingehen? Bitte. Ja, das ist doch schön. Och, ja. Oh, ja, 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 ja. Oh. Ja. Ups. Darf ich Ihnen die Platz? Eben, aber jetzt ist es auch. Ups. Och. Prost. Prost. Ist das hier? Ja. 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 Ordentlicher Schuck. Lüber. Was ich noch sagen wollte, das ist überhaupt ganz herrlich. Weil ich trinke ja nur bei Gelegenheit. Und wie mein Arzt mir sagt, hier hinten ist jetzt ein Zirkus. Den wollte ich Ihnen nochmal zeigen. Immer nur ein Glas. Immer nur ein Glas pro Tag. Ganz also eine Rüge. Mische nicht. Und dann das Herz aufrecht. Wunderbar. Das ist jetzt vielleicht das zweitfühste Konjag, die ich seit drei Tagen habe. Ja, die sind halt 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 auch. Die sind halt auch. Und immer nur ein Glas. Bist du? Vielen Dank.